und schwierigkeitsgraden leicht werden alle quick towns events automatisch abgeschlossen die schieße ich jetzt voll ins gesicht und quick time event ich will irgendwie nicht ein quick time event komplett irgendwie nicht drücken weil ich mir das mal passiert und da haben sie einen geist gesehen elena nimm die waffe runter was zum teufel ist hier los das ist kompliziert diese stege halten nicht wir müssen in die unteren ebenen es tut mir so leid der brach ich habe versagt gehen sie weg von ihr nicht schießen bitte wir sollten schießen ja wir sollten schießen wir sind da gerne übergezogen und das ist ein ding ja ja schon wieder was geht bin ich denn ja wo bist du eigentlich jetzt hier ich bin bei helena ok also ich freue mich so viele sachen schon warum ich mal darüber lehrt ja da passt doch auf helena bitte nicht falsch verstehen nero hat leon sie etwa gerade ein antrag gemacht ich habe den den ring gegeben also hast du leon gerade ein antrag gemacht aber schauen schauen wie ich die situation hier so ergibt also ob er auf der seite jetzt helena kannst bitte am hebel ziehen danke ich bin bin ich in der lage irgendwie einem hebel zu ziehen es ist so bescheuert leon packt mich darüber und sie ist nackt ja dann ist das war aber die auch gerade sagen wollte sie ist nackt ich bin ganz allein das leute also ich bin ja abgetrennt von euch allen und jetzt bin ich unten ok ja ich auch schieße in den hinteren in den hinteren ja ich auch wenn sie einen doch doch das ist war das ist das ist am break der im hinteren das war keine nach ja ich habe sie gerade voll verprügelt hast du nicht gesehen da habe ich den letzten knopf ich habe gedacht so steckt einfach nur so auf die mit einem messer oder nein kommen runter nackte frau und so einer kröger aber meine erste galate unterwegs auf dem wagen das macht ja desto mehr bleiben die dinge gleich und das sagt das macht ein seger leon helfe dir hätte ich ich habe zwei rote freude ich habe drei grüne kreuzer behalte ja ich habe noch ein gröner ich habe ein sechster jetzt doch Suck! Ah! oder hat mich geschossen kannst du sagen leon kannst bitte auch nicht warten alter warum wartet leon nicht auf mich wir sind hier ich wollte nicht getroffen okay ich kann ratschlag machen da wurdest du getroffen ich kann mich gar nicht ich kann gar nicht auf dem boden drucker ratschläge machen ich freue mich vorbezüglichen leute sind ja die leute drin jetzt noch eine hier kommt so einer gewinn der verdammt der warte wenn sie sich nicht weiter gut sie ist doch doch zu groß oder war vielleicht nicht so eine gute idee da war ich habe ich gar keine auch die mir schon wieder ich ja ich ja ich ja ich ich ja ich zum biebensammer weil ich mal habe ich dachte auch nein ich hab der falsche vorsicht doch ein docker weil ich nach der hand Oh, das ist ein Bastel, klar. Ja. Leon hat gerade drauf geschossen. Ha! Oh, hi Debra! Und sie ist immer noch duckt! Oh nein, der Mann hat schon wieder eine Explosiva. Haben sie es geschafft? Du hast es geschafft. Wow! Oh! Charlyll bottleneck Your electric guitar позor mio. Das Klus. Ihr okay? Oh sendiri. Ja. Der Kusch. Der Kusch. Alles sicher ist wieder eine der Kusch. der länder ist mission fehlgeschlagen verdammt da machen muss er sich auf der seite war nur wir müssen auf die schießen die ganze zeit ich muss erst mal warten bis hier hoch gezogen werde schießt ich treffe die ich nehme ein bisschen ausschließen damals Ja, ja. Tschüss. Ach, dafür wird der Teuer bezahlen. Sieh mich an, alles wird wieder gut. Sieh mich an, alles wird wieder gut. Sieh einfach nur mich an. Hilf mir. Ich werde dich hier rausbringen, Deborah. Deborah, sieh mich an. Wir werden hier rauskommen. Nein, nein, lass sie laufen. Lass mich ziehen. Nicht meine Schwester. Nimm mich. Bitte, ich tue alles. Bitte, 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 tu sie nicht mehr. Deborah! Ich wusste nicht, was ich tun soll. Also half ich ihm. Ich half Simmons, den Secret Service zu überlassen. Das ist definitiv Simmons' Deal. Aber warum tut er das alles? Lange Geschichte. Wir haben es hier mit den wahren Strittenziehern zu tun. In diesem Spiel reicht ein einziger falscher Zug und... Kommen Sie doch runter und ich zeige es Ihnen. Ja, deswegen ist sie abgehauen. Wenn Sie mit genau ihm geredet hat. Ja. Mehr Spielchen? Aber nein. Nur etwas, das... Ja, ja, dieser Simmons-Typ ist sehr böse, er war. Ja. Aber entschuldige ich mich. Ich habe gerade einen Anruf von Simmons. Ja. Äh, wir sind aber nicht fährlich. Ja, okay, äh, gehen wir zum Forschungslabor. Okay, ich gehe jetzt mal zurück und guck mal hier noch ist. Oh mein Gott, eine Panzerfaust. Ist der für eine Panzerfaust? Ja, aber jetzt ist sie weg. Sie ist weggeflogen. Die schöne Panzerfaust. Haargrünskaut, äh, ich habe aber keinen Platz mehr im Elementar. Äh, ich habe noch zwei Plätze frei, tatsächlich. Ich verpacke den weg. Ich nehme an die Sniper-Munition von denen ich nur einen neuen habe. Ich habe 39 Sniper-Munitionen und ich habe 61 Sprot-Munition. Ja. Da kann man ein bisschen mehr wert, gerade. Ja, Gott. Ich stehe direkt hier. Gott. Gott. Was haben wir, hat mich dieser Durchlauf hier erinnert? Nämlich irgendwie so, als wir Super Mario World gespielt haben und Luigi nicht in den Crates vorkam. So, genau, mache ich jetzt wahrscheinlich für, ne? Oh ja, na klar. Ich meine, wir haben vier Stunden für das Spiel gebraucht. Oh, äh, irgendwas war hier gerade. Ja, mach mal die Tür auf. Ach, da, Tür. Oh Mann, dicker, dicker. Der Dicke, Dicke. Oh mein Gott. Der Dicke, Dicke. Wie nennen wir den Dicke? Der Dicke. Der Dicke? Das ist die Dicke, herbert. Boah. Er schon braun? Wow. Ja, wir haben voll auf den draufhalten. Ja, äh, hier lang. Okay. Ich gehe voll den offensinnigen Weg, um du einfach so, ähm, das noch, emblem, habe es, von noch ein Dicke. Der ist direkt vor uns. Oh, da ist der Treffer. Autsch. Weil ich voll mit Schrot. Ja, ich war da, ich war voll mit Schrot. Ah. Alter, der bounce mich voll weg. Da kann man gar nicht runter. Also laut Karte müssen wir hier lang. Tates Ordnungspunkt 1. Okay. Schüsse. Ich höre noch so ein. Wart mal kann er hier kaputt machen. So macht er die kaputt. Oh, da hast du schlüsseln, ich sehe ihn schon. Und das geht, das geht. Und das geht da kaputt, du Dicke. So macht er die vorbeischleichen, oder was? Äh, nein. Äh, Ei? Ja, genau das wollte ich, dass er gerade macht. Ich nehme meine Schüssel her. Ja, nehme mal die Schlüssel. Ich mache die Kisten ja kaputt. Ah, uutsch. Es ist abhängig. Ja, so wie seine anderen, seine anderen Kollegen. Ey, und rotes Kraut. Nice. Ich habe wieder Tic Tacs. Ja, gut. Juhu. Warte, dann muss ich sagen. Großartig. Gut, Mann, dann. Mach mal auf. Danke. Wie genau. Hui. Ich war ein dicken. Noch ein dicken. Hallöchen. Der wollte ja den ganz besonderen Auftritt haben. Wer will den Gegner vielfalt haben? Alter. Nee, ich war ein fassen. Nee, ich war ein fassen. Genau. Genau. Aber rollen, 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 rollen darüber und stirbt. Nee, warte mal, komm mir, wir können vor. Waren wir ja nicht mit Leon? Ja, hier waren wir mit Leon, da sind wir dann halt in den Müllschacht nachgesprungen. Oh, das war schon. Oh, oh, das war schon. Oh, das war schon. Oh, oh, oh. Das war schon. Ich hatte nur noch nicht. Das war schon mal kurz, da ich das Bild eingebaut habe. Weil er halt, weil er hat, das Spiel eben laden musste. Oh, 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 my God. Das ist voll auf uns zu geraten. Ja, wäre ich das Drohm. da kommt es auch noch einer ne pass auf naja ja bestimmt warten sie auf mich ist wieder so dunkel ganz ich wusste ich habe mich auch gehalten konnte ich nicht darauf reagieren aber ist es nicht irgendwie unglaublich dass ich immer derjenige bin der messer hat die einst eine elektro starb wird reich bin ja sagt alles klar ist wieder sind ich weiß ich sehe es auch immer sehr frustrieren wenn ich mir die jahre das war sehr frustrierend wohl gerade jemand benutzt wer hat das wohl gerade benutzt das haben stimmt leon kann man da gleich einer rauskommt da kommt sowas von der jahre auswählen ja wir sollten einfach weitergehen naja wenn leon und trainer hier waren dann müsste ja eigentlich keine gegner mehr hier sein nach der logik nach der logik ja schon und weil leon und helena waren ja vor uns hier aber die kisten sind ja noch alle im stand also irgendwann stimmt ja auch nicht sauber machen ich mag das nicht ja ich habe gar nicht mitbekommen ich glaube ich bin zeit von ein paar granaten hier immer da weg ich hole auch ein paar granaten raus ich habe sechs davon ich habe nur zwei ich habe auch nicht da ist doch übrig machen wir abstellen wir müssten alle erledigen da ist doch noch da genau war nicht dann mal die bw ganz schneiden der hat der hat sich gerade bedommen gerade nach ja wo ist eigentlich 201 hier hat leon doch die kassette gefunden hm nope happy birthday 801 play daniro ja bisher bisher nackt ja das bin ich manchmal sieht aus wie ich kein wunder dass leon verwirrt ist gefällt es ihnen ja es war sehr aufschlussreich was meinen sie wie lege ich falsch oder sind das nicht sie auf diesem band da sie stecken hinter neo umbrella ich ich weiß nicht wovon sie sprechen sie will ein spiel sie bekommt es mit der echten in anderen worten wir haben wir also eine doppelgängerin genau genau eine freundin da ist der platt ist denn ich bin ich meinte die informationen die ich meinte die nette die sie erschaffen haben hat mir erzählt dass sie die welt zerstören will und ja man hat ja gesehen wie sie sie noch nie aufgefallen hat sie manchmal rot und manchmal blaue klamotten an hatte ja doch nur mir ist aber jetzt macht es natürlich auch einen sinn dann ist natürlich die da wollen die christ begegnet ist das war natürlich die doppelgängerin ja und wir haben ja mal gesehen wie sie irgendwie erschossen wurde ein paar mal ne ja deswegen war sie am ende immer noch am leben ja okay das war das zweite kapitel machen wir direkt weiter ja aber wir sagen erstmal bis zur nächsten folge